Darauf erstmal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken! An Löhmer wiechen, wie heißt dein erstes Kind? An Löhmer wiechen, wie heißt dein erstes Kind? Das Kind hieß Waldemann, weil es im Wald ist da. Das kommt vom Trippel-Trabbel-Trippel-Trabbel-Trippel-Trippel-Trippel-Tonets-Weg. Das Kind hieß Waldemann, weil es im Wald gilt da. Das kommt vom Trippel-Trabbel-Trippel-Trippel-Trippel-Trippel-Trippel-Trippel-Tonets-Weg. An Löhmer wiechen, wie heißt dein zweides Kind? An Löhmer wiechen, wie heißt dein zweides Kind? Das Kind heißt Edeltraum, gezeugt im Heidekraut, das kommt vom Treppe-Trappe-Trippe-Trappe-Tripp, wenn's ohne Zwick. Das Kind heißt Edeltraum, gezeugt im Heidekraut, das kommt vom Treppe-Trappe-Trippe-Trappe-Tripp, wenn's ohne Zwick. Annemariechen, wie heißt dein drittes Kind? Annemariechen, wie heißt dein drittes Kind? Das Kind heißt Hieronymus, gezeugt im Omnibus, das kommt vom Treppe-Trappe-Trippe-Tripp, wenn's ohne Zwick. Das Kind heißt Hieronymus, gezeugt im Omnibus, das kommt vom Treppe-Trappe-Trippe-Tripp, wenn's ohne Zwick. Annemariechen, wie heißt denn dein Mann? Annemariechen, wie heißt denn dein Mann? Ich habe keinen Mann, bei mir darf jeder ran, das kommt vom Treppe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe. Ich habe keinen Mann, bei mir darf jeder ran, das kommt vom Treppe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe. Ich habe keinen Mann, bei mir darf jeder ran, das kommt vom Treppe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe-Trippe. Lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt, ja und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr mögt. Euch noch einen schönen Abend, bis dann, Prost!